Norbert Röttgen, Sie haben die Rede des Bundespräsidenten verfolgt. Hat er den Kern getroffen? War das der richtige Kick-Off und sozusagen auch die Warnung an die Teilnehmer der Sicherheitskonferenz, ihrer Aufgabe auch wirklich gerecht zu werden? Ja, ich finde, der Bundespräsident hat das getan, was man von ihm erwartet, vor allen Dingen auch in Deutschland. Er hat, glaube ich, unseren Konsens, den wir in den wichtigsten Fragen haben, einen breiten Konsens, ausgedrückt. Er hat auch gleichzeitig nach vorne gewiesen, was nun notwendig ist zu tun, nicht nur von anderen, sondern auch von Deutschland und Europa. Wir erinnern uns alle noch an die Rede von Joachim Gauck, als er die Verantwortung ins Spiel brachte, die auch Deutschland hat. Ist der Bundespräsident aus Ihrer Sicht da weit genug gegangen? Er hat es beschrieben, was auf dem Spiel steht, die Einheit und damit die Existenz Europas. Und dass dieses Gut, dass wir die historische Lehre nicht preisgeben so einfach oder uns damit abfinden, dass wir dafür kämpfen müssen. Das hat er gesagt und jetzt, glaube ich, ist es an der Politik, diese allgemeine Einschätzung mit Instrumenten, mit Zielen, mit Konkretem zu füllen. Er hat die disruptive Weltlage angesprochen, USA, China, Russland. Glauben Sie, das verfängt bei unseren Partnern oder was muss jetzt einfach noch getan werden, damit denen klarer wird, was auch insbesondere die Verantwortung des Westens ist, den es ja so faktisch nicht mehr gibt? Meine Meinung ist, dass wir inzwischen, es ist ja jetzt gut fünf Jahre, fast sechs Jahre her, dass die Welt sich so verändert hat, dass wir inzwischen auch alle wissen, wie die neue Welt aussieht. Eine Welt in Unordnung, disruptiv. Allianzen lösen sich auf und es gibt ein neues Denken. Das wissen wir jetzt und auch wir im Westen wissen es, dass es uns bedroht und dass wir auch von innen bedroht sind. Wozu wir jetzt kommen müssen, ich würde auch sagen, langsam endlich kommen müssen, ist zu den Antworten, zu den Strategien, damit wir als Europäer und Westen Einfluss darauf nehmen in unserem Sinne. Wenn wir das weiter nicht tun, dann sind andere sehr bereit, in die Lücke und das Vakuum zu stoßen, ob es China ist oder Russland oder die Türkei oder andere. Das heißt, wir bleiben als Deutschland dabei, dass die NATO unser Partner bleibt und China und Russland keine strategischen Partner werden, sondern im regulären internationalen Geschäft. Ja, aber auch die NATO ist ja auch, vor allen Dingen auch ein Kind des Kalten Krieges und der Kalte Krieg ist nun seit 30 Jahren vorbei. Und darum muss man auch fragen, was ist eigentlich die Perspektive für die NATO als Verteidigungsbündnis in dieser Zeit von globalem Chaos? Das kann ja nicht nur die Antwort aus dem Kalten Krieg sein. Russland stößt ja in ein Vakuum, was offensichtlich die Vereinigten Staaten da lassen. Ja, genau so ist es. Das ist aber nicht so sehr eine NATO-Frage, sondern vor allen Dingen die Disruption, Ich glaube für uns im Westen die wichtigste Disruption, die aus den USA kommt, nämlich aus dem Rückzug der USA durch ihren Präsidenten von der internationalen Führungsrolle. Und das ist deshalb so dramatisch, weil die USA das einzige, insofern auch einzigartige Land sind, das überhaupt in der Lage ist, diese Führungsrolle wahrzunehmen. Wenn die nun preisgegeben wird, die 70 Jahre nachkriegsamerikanische Außenpolitik aufgegeben werden, dann heißt das für uns, wir müssen nun mehr tun als Europäer. Wir können nie die USA ersetzen. Wir bleiben auch in der Partnerschaft. Aber wir müssen aktiver werden. Wir müssen unsere Interessen selber mehr in die eigene Hand nehmen, um unsere Werte zu vertreten. Dann wären wir bei dem Vorschlag, den Emmanuel Macron ja gemacht hat mit seiner Nuklearstrategie, jetzt wo die Briten die Europäische Union verlassen haben. Wie ist Ihre Position? Bisher hält man sich ja noch relativ bedeckt. Wenn er da weitergeht, ist Deutschland dann bereit? Na gut, er geht nicht wirklich weiter. Noch nicht? Ja, er sagt, die französischen nuklearen Fähigkeiten, die werden nicht geteilt mit anderen Ländern. Das ist unser nationaler Sicherheitsschutz, den wir haben. Und ich glaube, es ist das falsche Gebiet. Ich glaube, dass es keinen Sinn macht, den nuklearen Schutz, den wir haben, durch die Teilnahme an den USA und durch die USA, der auf den unterschiedlichen Stufen möglicher nuklearer Bedrohungen eine angemessene Antwort hat, zu ersetzen durch die französische Nuklearmacht, die dafür überhaupt nicht ausgelegt ist. Also der eine nukleare Schutz ist da und der andere überhaupt gar nicht. Letzter Satz. Das Verhältnis zu den Amerikanern schwierig, kann man, glaube ich, richtigerweise sagen. Was erwarten Sie, wie sich das hier entwickeln wird? Werden Pompeo und Asper ja in erster Linie, werden sie Angebote machen oder haben Sie den Eindruck, das wird so ausgehen wie im letzten Jahr? Es wird eine Rede des US-Präsidenten irgendwie stellvertretend vorgetragen und man kommt keinen Schritt weiter. Ich denke, dass sich der Stil etwas verändern wird, weil, glaube ich, auch die beiden, Außen- und Verteidigungsminister, von der Resonanz gehört haben, die der Vizepräsident hier im letzten Jahr ausgelöst hat. Ich glaube auch, dass sich die Themenpalette etwas erweitern wird. Ich gehe davon aus, dass China viel zentraler oder eine zentrale Rolle nun spielen wird. Und hier sind auch neue Möglichkeiten, dass Europäer und Amerikaner zusammenkommen. Nicht in dem Stil, den Trump jetzt gegenüber den Chinesen macht, aber unsere Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen als Westen gegenüber China sind viel, viel breiter. Und hier könnten wir eigentlich zu einer transatlantischen Agenda wiederkommen. Herzlichen Dank, Herr Robert Röttger. Ich danke Ihnen sehr.